Was ist denn mit der los? Was hat er denn das mit mir zu tun? Weser packt er denn da Paluten in den Titel? Es geht um cool sein. Moin Leute, am heutigen Tag gucke ich mir mal wieder ein paar YouTube-Videos an. Allerdings natürlich nicht irgendwelche, sondern ein paar, die Paluten im Titel tragen. Wir tippen das einfach mal ein, da kommt ein bisschen GDA und der ganze Stizzle. Jetzt gibt es aber noch eine wichtige Sache, wir müssen das Ganze nach Upload-Datum sortieren. Und da sehen wir direkt, dass irgendjemand mein Video gereuploadet hat. Das müsste ich auf jeden Fall mal melden. Ach, was haben wir hier? Adventskalender, LP mit Kev, den hatte ich zufällig auf seinem Server getroffen. Und dann hatten wir eine kleine Runde aufgenommen. Wir suchen jetzt aber eher nach solchen Sachen. Palutenpack mit Ton von Templar. Mal gucken. Kollege, man verstehe dich nicht. Die Musik ist so laut. Und du filmst den Screen auch einfach nur ab. Ist aber eine nette Sache. Trotzdem, da hat er ein Goldschwert. Achso, da sieht man. Unten rechts sieht man die hieslige Pedisselfresse auf so einem Goldschwert. Aber nun gut. Schöne Sache. Wir gucken, wie gesagt, nur einfach mal bei den Ganzen so ein bisschen durch. Oh, das ist nice. Paluten und GLP-Fanart. Hashtag Kürbis-Tumor. Und willkommen zur Anarbeitungsfolge Minikow Mario Party. Sorry, wenn die Kamera wackelt. Ich hatte nichts zum abstellen. Das ist ein Lied von Lukas, dem Rapper. Könnt ihr gerne mal abchecken. Mach den Stüßel. Und am Ende, tada, Hashtag Kürbis-Tumor. Ach, das ist immer nett. Sowas freut mich. Oh, Daniel hat mir gerade eine Sprachnachricht geschickt. Warte. Dann haben wir hier nochmal 20.000 Leute, die meinen Kram gereuploadet haben. Die werden auf jeden Fall noch gestriked. Angela Merkel und Paluten, der Akinator von PVP-Miner HD. Hey, das geht ab. Wir fallen an die ganze Nacht, die ganze Zeit. Was ist denn da los? Wenn ich das Intro sehe, dann bin ich ja schon komplett... Was geht denn hier ab? Jeden Tag Mittwoch 14 Uhr ein Video. Wie gesagt, wir skippen dann teilweise auch mal so ein bisschen die Videos. Okay, geht's hier? Nein. Ach, hier benutzt er seine ganz normale Stimme. Aber jetzt verpasst du den Anfang. Das ist gut ab. Wir fallen an die ganze Nacht. Was ist denn da los? Nochmal so 20.000 Reuploads. Best of Paluten. Yo, Palle. Dieser Song hier geht an dich einfach als kleines Dankeschön. So ein ganz altes Instagram. Das war, glaube ich, mein erstes Instagram-Bild, was ich jemals hochgeladen habe. Da bin ich am roten Baum. Da war ich mit meinem Vater Tennis gucken. Ach, Leute, damals war ich noch jung. Aufstrebend. Voller Elan. Und jetzt bin ich ein Fresssack. Fresssack geht mal auf Seite 2. Wenn hier... Oh! Paluten-Fan-Video. Von Lenga. Da bin ich, Alter. Und mein Handy hat gerade gepiept. Guckt ihr euch das an. Dann zieht er sich hoch. Wir machen mal Ankerkraut weg. Und zack, Alter. Wie ein dummes Füßchen. Oh, da war ich im Ikea. Also, Möbelhaus XY meine Song. Und zack. Das ist an ihr hingefallen, Leute. Da habe ich euch nicht gefallen lassen. Mann, Menjul, jetzt hör doch mal auf mir hier die ganze Zeit. Hallo, Menjul. Äh, ich kann das gerade nicht abhören. Ich drehe gerade ein Video. Ähm. Aber ich könnte... Das Problem ist, wenn ich jetzt vergessen, es zu schneiden, dann sind unsere geheimen Liebesnachrichten geleakt. Was will er denn jetzt? Menjul. Ich weiß, warte. Hört man das? Okay. Er ist auf jeden Fall happy. Da kommt noch eine Nachricht rein. Da lacht er nur. Das findest du witzig, ne, Menjul? Also, jetzt muss ich die komplette... Äh, ne? Die zweite Sprachnachricht, die muss ich rausschneiden. Wo du mir deine Liebe gestichst. So, Dille. Jetzt gucken wir mal weiter hier. Da, ach, ich, ich, Chefkoch. Bisschen chillen bei Möbelhaus XY. Da sieht man auch mal das Video von dem Rad. Und... Da ist die Hose gerissen. Was haben wir hier in der Animation? Herbe Sprudel. Hast du noch was zu trinken? Äh, ne Sprudel. Also, ich trinke sonst... Den ich aber schon angesabbert habe. Ich hab ganz viel Herpes. Dieses Gesicht am Ende. Was ist denn da los? Ganz viel Herpes. Okay. Aber cool. Bei Ben Fuzzbear Animation. Ich mache das irgendwie hier mal so ein bisschen gechillt durchzuscrollen. Paluten und GLP sterben in Varu 4. Was sind das immer für Überschriften? Hier wieder mal einer, der meine ganzen Videos klaut. Brawl mit Maudado, Zombie und Paluten. Hier ist nochmal eine Animation. Also, Pal ist neues Auto. Ich hab mein neues Auto. Mercedes, Zweisitzer. Ist der absolute Wahnsinn, Alter. Guckt euch die Felge an. Zwei Zoll Felgen. Mehr war nicht drin. Ist einfach nice. Damit will ich die Chicks abschleppen bis zum Weg nicht mehr. Ist auf jeden Fall nice, Alter. Also, ich finde die Animation, ich könnte das nicht selber besser in irgendeiner Weise. Aber es sieht schon sehr, sehr kurios aus. Ich sehe so aus, als wäre ich so, als wären die Arme so direkt hier dran festgeklebt. Trotzdem nice. Danke. Von wem stammt das? Von Veins. Was haben wir hier noch? Fernbus Simulator. Zehn Fakten über Paluten Speedrun. Alles klar. Community Aktion bei Klein Palette. Oh, ich hab bei sowas, hab ich... Oh, das sind ganz viele Zeichnungen. Ich skipp das mal durch. Oder ich mach die Musik mal weg. Weil ich hab manchmal Angst, dass der ganze Stilsel copyrighted ist. Guck mal. Aber ich finde das immer cool, wenn Leute was malen. Ganz ehrlich. Weil ich selber nicht malen kann. Und ich... Das ist immer... Ach, das freut mich. Das freut mich wirklich. Bei dem Bild sehe ich allerdings aus, als hätte ich noch weniger geschlafen als sonst. Da. Aber trotzdem cool. Ich hab ja schon mal gesagt, ich kann nicht mal einen Kreis malen. Also, vielen, vielen Dank an Mrs. Pederro. Beziehungsweise Klein Palette. Eine selbstgezeichnete Äcker- und Paluten-Animation. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Ach so, so ein Stop-Motion. Das ist Äcker. Da kommt P-Dizzle von der Side. Da hat man aber ganz kurz nochmal eine Hand gesehen. Da kriegt Äcker eine Karotte. Ja, läuft bei ihm. Dankeschön an Ninas Welt. Was ist denn da los? Ah, von Miau. Der hat das Paluten-Flugzeug. GLP klaut Palle die Nase. Das sieht so aus, als hätte er mir die Nase rausgerissen. Was ist denn da los? Ey, hier, wartet. Es gibt jetzt ein tragbares Flugzeug, Leute. Guckt euch das an. Da, da. Oh! Bist du... Bist du tot? Nee, ich bin in den Boden. Oh Gott. Ich habe mit meiner Nase so ein bisschen... Au! Was ist... Ja! Was hat er denn da mit meiner Nase gemacht? Miawai Animation. Was geht da ab? Armeeangriff? Ach, von BlueDolf. Bei dem könnte generell mal vorbeischauen. Oh, hier, Clara Ava. Peter gegen Pidizzle, Alter. Wenn wir immer wieder Fiefer gegeneinander spielen. Oh, nix. Wo ist denn hier mal einer? Kann sich mal einer freilaufen? Ich will das jetzt natürlich auch nicht... Boah, da gab es ein schlechtes Tackling. Ach, stimmt. Ich war ja Bayern. Oh, die mussten... Weil Peter wollte so von ihm... Da gab es einen kleinen Rempler. Du, der lässt den Ball direkt fallen. Was ist denn mit wirklich, Alter? Das machen wir immer ganz gerne. In FIFA ein bisschen gegeneinander zocken. Es geht um cool sein. Paluten. Hä? 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 Was hat er denn das mit mir zu tun? Weser packt er denn da Paluten in den Titel Es geht um cool sein Was ist das denn? Hä? Was? Mega stranges Video Gehen wir schnell weiter Nein, Manuel stirbt Nein Es geht wieder los Nein Was? Manu geht es glaube ich gerade nicht gut Manu? Oh, das war es schon Hier haben wir noch Oh, das ist aber auch schon ein bisschen älter Best of Awesome von Beov Der auch immer den ganzen Best of Stüssel zusammenbastelt So hat das Ganze angefangen mit Freaking Awesome Und dann ist es eskaliert Best of Awesome Oh mein Gott, das ist awesome Ich will das Zeug, das ist gut Und betrauert haben wir das Oh, das Wer kennt noch die Freedom-Folgen, wo ich manchmal vergessen hatte Die Facecam zu deaktivieren Und dann saß ich da komplett im Dunkeln Das war es Oh Mann, ey Also mir ist schon viel dummer Schlüssel passiert Nicht nur, dass ich mein Merch hier mit 3L Zumindest hab Test drucken lassen Aber und das S ist ja auch noch zu viel Aber Äh, nur gut Leute Das war's Mit diesem kleinen Paluten guckt Millekraft Videos Beziehungsweise guckt YouTube Videos Ja Wenn es euch gefallen hat Dann lasst sehr, sehr gerne ein Like da Ähm Ja Zieht euch nochmal hier die Videos rein Und dann, äh Ja, wünsche ich euch allen noch einen traumhaften Tag Haut rein Ciao, ciao Bye